Hallo zusammen Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collector's Video, in dem wir uns heute das Edeka exklusive Multipack aus der UEFA Euro 2024 Sticker Kollektion von TOPS anschauen wollen. Ihr habt sicherlich schon den Unterschied zum normalen Multipack entdeckt. In diesem Edeka exklusiven Multipack, das ihr aktuell in allen Ferialen der Edeka Supermärkte bekommen solltet, befinden sich insgesamt 48 Sticker, darunter ein Gold Signature Sticker. All das gibt zum Preis von 6,99 €, heißt also wir haben hier und das seht ihr auch schon schön angeteasert in diesem roten Kreis zum gleichen Preis ein Packchen mehr als in den normalen Multipacks. Macht diese Multipacks natürlich um einiges attraktiver als die Standard Multipacks und für alle Albumsammler vielleicht auch noch der Hinweis, da ich auch schon öfter die Frage gelesen habe, ob es das Album nur im Starterpack und nicht einzeln gibt. Bei Edeka bekommt ihr zum Preis von 3 € auch einzelne Alben und auch die haben dann einen kleinen Bonus dabei, statt 6 Sticker, die in einem normalen Album drin sind, gibt es da noch mal 10 Bonus Sticker on top. Das als zusätzliche Info für euch, wer ein Edeka in der Nähe hat, der sollte da also vielleicht mal vorbeischauen, um sich dann eins dieser besser ausgestatteten Produkte zu sichern. Jetzt aber zurück zu unserem Multipack mit den 48 Stickern, darunter sollte sich wie gesagt ein Gold Signature Sticker befinden. Werden wir da gleich mal auf Erkundungstour gehen, ob das auch so ist. Zunächst werfen wir aber einen kurzen Blick auf die Rückseite, sehr ähnlich gestaltet wie das normale Multipack. Ist ja auch naheliegend und hier hinten haben wir dann auch noch mal den Hinweis, dass wir hier 6 Sticker mehr bekommen als im normalen Multipack. So, dann wollen wir mal reinschauen. Gucken wir mal, ob wir das ganze hier aufziehen können. Das wird nicht ohne reißen gehen. So, dann greifen wir doch mal raus, was wir da haben. Und ihr seht schon, hier liegt der Golden Signature Sticker eines Starspielers lose bei. Gab das ein oder andere Multipack, wo es nicht so war. Hier ist er auf jeden Fall drin und wir sehen Rasvan Marien als Starspieler von Rumänien mit aufgedruckter Unterschrift. So, dann schauen wir mal. Unsere restlichen Päckchen sind dann alles Päckchen mit 6 Stickern, so wie es aussieht. Sollte ja auch so sein. Und hier haben wir noch mal eins dieser Promopäckchen. Und ich muss gestehen, ich habe am Anfang immer gesagt, da sind 5 Sticker drin. Sind es aber nicht, denn hier unten in dem kleinen grauen Balken steht noch mal plus ein Gold Signature Sticker. Sind also insgesamt 6 Sticker. Da irritiert die große 5 ein bisschen. Aber das mit den Gold Signature Stickern in diesem Päckchen hat wohl nicht so ganz geklappt. Deswegen man die da noch mal extra lose beigelegt hat. So, wir sehen insgesamt 7 Päckchen. Plus dieses eine Promopäckchen macht 8. Und mit dem extra beigelegten sind wir sogar bei 49 und haben dann noch einen weiteren als Bonus. So, dann schauen wir mal in unsere normalen Päckchen rein, was wir da so alles Schönes finden. Es geht los mit dem Captain Sticker von Italien und Leonardo Bonucci auf diesem wunderbaren Glitzer Sticker. Dann Destiny Udoji, ebenfalls Italien. Das Stadion in Hamburg. Weiß gar nicht, ob es dann den ursprünglichen Namen trägt. Also Volkspark, Stadion oder einen speziellen. Für die großen Turniere werden die Stadien da immer sponsorenfrei umbenannt. Dann haben wir Cardioglu aus der Türkei. Dennis Waffro aus der Slowakei. Und eine Euro-Legende mit Gareth Bale aus dem Team von Wales. Wir schauen ins nächste Päckchen. Und finden dort als Glitzer Sticker das Wappen von Schottland. Dann haben wir Petro Porro aus Spanien. Noah Ucafor für die Schweiz. Kabak für die Türkei. Irakovic für Serbien. Und Spora aus dem Team der Slowenen. Nächstes Päckchen, nächstes Wappen. Und diesmal das von Rumänien. Dann haben wir unseren ersten Sticker mit zwei Playoff-Spielern. Kalman und Pukki aus Finnland. Fabian Scheer für die Schweiz. Mason Mount für England. Nochmal zwei Playoff-Teilnehmer mit Goldberg und Revivo aus Israel. Und dann haben wir noch Xaver Schlager aus dem Team von Österreich. Nächstes Päckchen mit dem Wappen des Portugiesischen Verbandes. Dann Soutano aus Kroatien. Erneut Noah Ucafor. Skov Olsen aus Dänemark. Ein weiteres Stadion. Diesmal das in Köln. Und dann haben wir Ibrahima Konaté für Frankreich als letzten Spieler in diesem Päckchen. Weiter geht's mit einem Artist-Sticker von Callum Styles aus dem Team der Ungarn. Auf ihn folgt Daku aus Albanien. Adam Natsch aus Ungarn. Lukas Sadilek aus Tschechien. Nemanja Goudé für Serbien. Und Antoine Griezmann für das Team aus Frankreich. Nächstes Päckchen mit einem Parallel-Sticker von Shea Adams. Und zwar einem Tops-Foil-Parallel-Sticker. Ihr seht, in den Hintergrund eingearbeitet. Diese ganzen kleinen Tops-Logos. Die so wunderbar aufleuchten, wenn man den Sticker im Licht bewegt. Dann haben wir Marcelo Brozovic aus Kroatien. Ein Teil des Gruppenbildes der Gruppe A mit Deutschland, der Schweiz, Ungarn und Schottland. Soyuncu für die Türkei. Unser erster Top-11-Sticker mit Leandro Trossar. Und dann haben wir noch zwei Playoff-Teilnehmer mit Pum und Vettkarl aus Estland. Dann unser erster Player-to-Watch-Sticker in diesem Unboxing mit Armano Brocha aus Albanien. Dann haben wir ihn direkt nochmal als normalen Standard-Sticker. Breel Mbolo für die Schweiz. Tomori für England. Maximovic für Serbien. Und Morten Juhlmann für Dänemark. Und dann haben wir ihn direkt nochmal als normalen Standard-Sticker. So, und dann kommt unser Probopäckchen mit dem, wie gesagt, 5 plus einem Sticker. Und die spannende Frage ist jetzt hier ein weiterer Golden Signature-Sticker drin oder einer der normalen Starspieler-Sticker. Zunächst finden wir aber einen weiteren Parallel-Sticker. Und das ist ein Purple Parallel-Sticker mit dem Wappeln von Island. Und dann haben wir einen weiteren Golden Signature-Sticker mit Leroy Sané aus dem deutschen Team. Dementsprechend also zwei in diesem Multipack. Dann auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten. Da muss ich mal auf die Rückseite gucken. Die kommen aus Albanien. Und dann haben wir noch Playoff-Teilnehmer aus Bosnien und Herzegowina mit Pjanic und Cimiro. Motavio aus Portugal. Und nochmal zwei Playoff-Sticker mit Perez und Lavi aus dem Team von Israel. Ja, und damit sind wir durch mit den insgesamt sogar 49 Stickern aus diesem speziellen Edeka Multipack, das uns zwei Golden Signature-Sticker gegönnt hat. Und so langsam glaube ich, dass diese Geschichte hinter diesen Goldenen Starspieler-Stickern die ist, dass man wohl versehentlich beide Varianten, die mit und die ohne Unterschrift in diese 5 plus 1 Promopäckchen reingepackt hat. Und da sich das im Nachhinein nur noch schwerlich auseinandernehmen lässt, hat man dann einen zusätzlichen Golden Signature-Starspieler-Sticker lose mit in die Produkte reingelegt. Das ist aber nur meine Vermutung. Wenn ihr da eine andere habt, dann schreibt sie gerne unten ins Kommentarfeld, in dem ihr natürlich auch alles andere platzieren könnt, was ihr zu diesem speziellen Multipack und den gesehenen Stickern loswerden wollt. Ich freue mich da wie immer über eure Rückmeldungen, genauso wie über ein Däumchen nach oben für dieses Video. Und wenn ihr künftig nichts auf diesem Kanal verpassen wollt, dann schnappt euch jetzt zum Schluss am besten noch eins der kostenlosen Kanalabos. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!